Tausende Bürger haben Paris verlassen. Das absolute Chaos, Jim. Wir wissen nicht einmal, wo unser Präsident ist. Ey, warte! Die Vereinigten Staaten liegen nun endlich da nieder. Wir verdanken diesen... ...verdienten Sieg allein Ihrem überragenden Talent, was Menschen- und Truppenführung betrifft, und General Wladimir. Danke. Ihre Herrlichkeit wird nur noch übertroffen von Ihrer Großzügigkeit. Ich... ...habe etwas Besonderes bekannt zu geben. Aufgrund unseres letzten Erfolges habe ich mir überlegt, Juri, zum Oberbefehlshaber aller sowjetischen Truppen zu befördern. Was? Und mit sofortiger Wirkung... Das ist dein Werk, Juri! Daran ist kein Zweifel! Es kommt mir vor, als sei unser Wladimir jetzt böse. Schade. Wir haben noch zu tun, General. Die alliierte Pazifische Flotte nähert sich Hawaii. Zerstören Sie sie zuerst bei Pearl Harbor und errichten Sie dort eine neue Basis für uns.